Ich weiß nicht, ob ich den schon mal erzählt habe, aber ein Bonanza-Trommel-Revolver-Kracher, eine Ponderosa-Sonderedition, da haut's den Hoss vom Ross, da geht ein Little Joe Kau. Im Seniorenheim sitzt sich eine Dame und ein Mann gegenüber und da sagt sie, Herr Schmitz, darf ich heute Abend beim Fernsehen Ihr Glied halten? Dann sagt er, nein, das macht schon Frau Schwelble. Dann sagt er, ja was hat denn Frau Schwelble, was ich nicht habe? Dann sagt er, pahkingsund. Jesus, Jesus. Pahkingsund. Give a fuck.